jo leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin heute eine runde badwars 4x2 auf claustrophobia und ich habe heute ein bisschen gechillteres pack drin weil es heute auch um ein gechillteres thema gehen soll so an sich und zwar wollte ich heute einfach mal darüber reden dass mir in den letzten tagen einfach aufgefallen ist dass eine komplette youtube-laufbahn einfach nur aus purem glück besteht weil ich einfach aus purem glück mit minecraft angefangen habe dann aus purem glück schön gepusht worden bin dann aus purem glück in hype gekommen bin und sonst was nicht alles und ich möchte einfach mal darüber reden was wirklich alles passiert ist dass ich so viel glück hatte weil mir das selber erst klar geworden ist in den letzten tagen weil im prinzip ich habe früher durch den youtuber der heißt opinio der macht heute auch noch videos könnt ihr euch gerne mal angucken link ist in der beschreibung und zwar hat dieser youtuber ich hab den so geguckt und dachte mir mal so okay ich brauche unbedingt jetzt minecraft und pc weil er hat ein server gestartet und auf diesem server wollte ich unbedingt spielen weil die videos von diesem server waren so scheiße geil ich wollte einfach unbedingt drauf spielen und daher habe ich mir dann eben auch diesen pc gekauft und halt angefangen minecraft zu spielen dieser server waren konstrukt aus vier regionen die sich gegenseitig bekämpfen aber auch gegenseitig helfen konnten und dort konntest du halt wie im freebild halt bauen nur mega mit kollegen und so weil im prinzip das war nicht so ein freebild server wie man ihn sonst kennt sondern erkannte sich jeder jeder hat jedem geholfen und das war so mega geiles projekt und ich muss ganz ehrlich sagen könnte ich es jetzt wieder spielen würde ich direkt wieder anfangen zu zocken weil das projekt war echt mega nice und auf jeden fall habe ich das dann so gespielt und dann ging der server halt offline weil keine user mehr da waren weil der früher auch der hat jetzt glaube ich nicht mein car geknackt leider da einfach keine ahnung wieso er ist seit monaten bei 900 abos oder geht sogar 800 weiß ich ob er die ausgemacht hat oder nicht und wisst ihr was ich mir gerade denke macht ihm doch einfach weil schließlich ohne diesen typen ohne lupine würde es mich so jetzt wie ich jetzt hier stehe nicht geben es würde einfach es könnte sein dass ich noch gar kein pc hätte und vielleicht niemals hätte irgendwie mit youtube oder minecraft angefangen daher würde ich euch bitten geht mal zu ihm rüber guck mal seine videos an wenn sie euch interessieren würde ich mich freuen wenn ihr ihm abo da lässt vielleicht können wir ihm endlich mal die 1k voll machen weil er hängt jetzt wirklich ich glaube fast ein jahr seitdem ich angefangen habe hängt er auf jeden fall schon unter den 1k fest und ist auch nie irgendwie rüber gekommen oder so und macht halt trotzdem aktiv weiter videos so und das finde ich halt schon eine krasse leistung naja auf jeden fall ich will jetzt nicht zu hart vom thema abschweifen ich habe dann früher wo dieser server offline gegangen ist angefangen auf city builds zu spielen ist aber nie so mein ding nie so mein fall und dann habe ich auf youtube wieder so ein bisschen rum geguckt und ja wie soll ich sagen ich habe palutens bedwars woche gesehen hat dieses format so extrem gefeiert ich habe glaube ich alle folgen von der von den bedwars woche geguckt und ich habe dieses format so scheiße krank gefeiert dass ich mir dachte okay dieses spielmodi muss ich jetzt auch unbedingt mal spielen äh und dann habe ich im prinzip durch paluten mit bedwars angefangen erst auf bergweg labs was auch pures glück war weil ich habe so paluten geguckt und dann kam nach der bedwars woche das projekt leben dort habe ich ihren werkmann verfolgt hauptsächlich weil der da die geilsten videos von gemacht hat und dann kam nach der bedwars woche das projekt leben dann habe ich gecheckt dass herrn bergmann einen server hat und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten runde wieder naja auf jeden fall habe ich dann gemerkt dass er ein werkmann einen server hat und da ich bedwars spielen wollte habe ich natürlich direkt server verbunden draufgegangen bedwars gespielt bedwars ohne ende gespielt und ich habe früher war ich kompletter co-web spieler so absoluter noob wie man ihn heute kennt nur trotz dessen habe ich fast jede runde immer gewonnen naja auf jeden fall ich war kompletter noob co-web spieler ohne ende ich habe mich immer ins co-web gehockt wenn es nötig war oder wenn ich überhaupt irgendwie angst hatte dass ich runter gehauen werden konnte und so und naja dann wurde ich immer wendy genannt was ja auch komplett verständlich ist und als ich immer wendy genannt worden bin und sonst nicht was habe ich mir irgendwann gedacht ich will zeigen dass ich eben kein wendy bin oder kein absoluter noob bin und habe mir gedacht youtube ich mag alle youtuber und wird auch gern mal so mein skill in videos in anführungszeichen zeigen das mache ich heute schon lange nicht mehr so und auf jeden fall dachte ich mir so ja das will ich einfach auch in videos zeigen und videos machen um leute zu unterhalten naja dann habe ich angefangen mit youtube eben durch diesen grund dass immer wendy genannt worden bin ja ich habe ganz gechillt clips geschnitten wirklich immer ganz normal uneditiert hauptsächlich ist immer so ein bisschen naja nicht krass geschnitten sage ich mal und irgendwann hat bergwick labs diese zeit bekommen wo absolut jeder wie auf 5 im prinzip jeder hat auf diesem server gehackt es gab du hattest in jeder wirklich in jeder runde und das ist jetzt absolut nicht untertrieben du hattest in jeder runde mindestens ein hacker drin und das war einfach nicht mehr spaßig und auf jeden fall ich habe trotzdem weiter gespielt ich habe trotzdem weitergemacht und richtig bock gehabt und weiter videos gemacht trotzdem ganzen hackern einmal hatte ich sogar hacker in der runde die handen fly battle gemacht die sind mit speed 10 in der luft rum geflogen und haben dort sich ein fly battle wie sonst was geliefert mit kill aura und sonst weiß ich nicht was was das war das kann das sieht man heute gar nicht mehr oh leute habe ich rumgepackt und auf jeden fall hat bergwick labs sondern sonst was für ein komisches anti-cheat eingefügt was auch heute noch auf eurem server ist weil es irgendjemand sieht der zum bergwick labs team gehört was ich übel beschissen finde und naja du wurdest früher habe ich schon gemoondwockt auf bergwick labs oder angefangen dann zu nur eben durch diesen bräuchten und du wurdest immer gefleckt immer wieder ich habe videos gemacht und das hat es bei geblieben 0 gejuckt wo ich fehler kurz eingeblendet habe wirklich gar nicht gejuckt und und naja auf jeden fall hat es respektive ich muss ihm einfach nur gejuckt und du wurdest wirklich für eine kleine mut nur klein von 34 blöcken aus der runde gekickt konnte es konnte konnte man einfach nichts machen keine ahnung warum das so war auf jeden fall wurdest du auch für kombos aus der runde gekickt und weiß ich nicht was das hat den server dann komplett totgeschissen niemand hat mir da gespielt und ja dann bin ich auf revie gegangen weil ich konnte da nicht mehr normal spielen da das war einfach nichts mehr lohnenswert habe mich an revie gewöhnt habe angefangen wirklich clips krass zu editieren auch lange clips zu machen und nicht nur solche kurzen kackdinger naja wie soll ich sagen dort bin ich dann auch zum allerersten mal auf kopiert getroffen den ich heute naja schon relativ gut kenne naja wie soll ich sagen ich war früher absoluter wendy konnte trotzdem so 60 70 blöcke moonwalken und habe keine picke dabei keine ordentliche kopiert hat mich früher wo ich platz 5000 war und eine 50 block line moonwalk über ihn gezogen habe als hacker gekauft das war so immer noch einer der krassesten review momente die ich hatte er war platz 60 ich platz 5000 und er hat mich wirklich dann als hacker gekauft was absolut das war immer noch einer der geilsten momente muss ich wirklich sagen und leute ich würde sagen wir hören jetzt bei diesem ding auf und sehen uns im zweiten teil wieder seid auf jeden fall gespannt weil nach dieser szene folgen die absoluten glücks sachen und ja bis zum nächsten mal und ich hoffe euch hat das video gefallen ja bis dann